Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir 5 Dinge, die meiner Meinung nach jeder Fotograf haben sollte, um sich gut zu organisieren, um das Equipment zu schützen und auch um das fotografische Auge zu trainieren. Also, viel Spaß! Zugegeben, der Titel ist ein bisschen reißerisch gewählt, aber es sind wirklich 5 Dinge, die meiner Meinung nach jeder haben sollte, wenn du fotografierst oder filmst, einfach weil es aus meinem Workflow heraus sich alles sehr sinnvoll erwiesen hat. Und ich würde sagen, ich fange direkt an mit dem ersten Teil an sich. Und zwar, nutze eine SSD-Festplatte. Gerade für die, die MacBooks benutzen oder die generell mit dem Apple-System unterwegs sind, das muss aber nicht zwingend nur Apple sein, das kann auch Microsoft sein, hat sich für mich SSD-Speicher als durchaus gut erwiesen inzwischen. Das sind kleine, kompakte Festplatten, die kosten nicht furchtbar viel, die sind vielseitig einsetzbar und auch sturzgeschützt, je nachdem, was du für ein Modell kaufst. Ich kaufe meistens die von SanDisk, da habe ich auch verschiedene Varianten da. Das heißt, hier kommt ein USB-C-Kabel ran, direkt ins MacBook. Ich habe einen schnellen Speicher, mein Rechner bleibt frei von dem, was ich quasi hier drauf spiele. All meine Videodateien und Fotodateien landen hier drauf. Und wenn ich fertig mit dem Projekt bin, landet das Ganze in einem festen Speicher. Also das sind etwas normalere Festplatten. Und für alles, was ich unterwegs mache, reicht dieses mobile System völlig aus. Kostet nicht die Welt. Ist furchtbar schnell. Ich kann darauf Videos schneiden. Ich kann darauf Fotos bearbeiten. Ich kann damit quasi alles machen, was ich möchte. Habe quasi meinen Speicher immer dabei. Und bin auf die Limitierung des Notebooks oder den Rechner nicht angewiesen. Den Link zu diesem Produkt, wie auch zu den anderen, findest du unter diesem Video. Das heißt, du kannst in aller Ruhe nochmal nachsehen, welchen Speicher du brauchst. Brauchst du mehr, brauchst du weniger. Oder du nimmst ein anderes Produkt. Schaut gerne unbedingt mal rein. Die Links sind wie gesagt hier drunter. Kommen wir zum Tipp Nummer 2. L-Brackets. Ich habe hier an meiner Fuji auch ein L-Bracket dran. Und an all meinen Kameras außer an der Canon, weil ich dort ein Silikoncase dran habe, habe ich L-Brackets dran. L-Brackets sind diese Metallschienen, die auf zwei Seiten die Möglichkeit haben, dass du sie auf einem Tripod, auf einem Stativ befestigen kannst. Man kann das bei den meisten auch sogar abschrauben, sodass du das L-Bracket nur unten hast, wenn du es nur unten brauchst. Ich lasse beide Seiten dran, weil ich dann sicher gehe, dass ich im Landscape und im vertikalen Modus fotografieren kann und die Kamera auch vertikal auf dem Tripod benutzen kann. Es bietet verschiedene Möglichkeiten und vor allen Dingen auch viele sicherheitsrelevante Möglichkeiten. Zum einen weiß ich, dass die Kamera sicher auf dem Tripod aufgebracht werden kann und dadurch, dass die meisten davon auch AK-Swiss-kompatibel sind, sind sie universell auf fast jedem Tripod fest arretierbar. Zum anderen ist das Ganze aus Metall und ich kann auch sicher gehen, wenn ich die Kamera hier anfasse, da bricht nichts weg, da knarzt nichts, das passt, das hält wirklich. Und ich habe zudem noch die Möglichkeit, wie beispielsweise hier, auch noch Zubehörer ranzuschrauben. Also wenn ich jetzt etwas bräuchte, wie noch ein kleines Mikrofon oder ein kleines Videolicht oder einfach nur eine Halterung für das Kabel, was hier rausgeht aus der Kamera, kann ich hier ranschrauben, kann ich hier befestigen und habe eine zusätzliche Möglichkeit, für Sicherheit zu sorgen. Aber, sind wir mal ehrlich, den größten Nutzen, so geht es mir zumindest, habe ich vor allen Dingen aufgrund der Größe der Kamera, da mein kleiner Finger hier drauf passt. Ich kann quasi selbst bei der kleinen Fuji X-T2 alle fünf Finger an der Kamera platzieren, hinten meinen Daumen und vorn alle vier Finger bis zum L-Bracket runter. Klar, es wird ein bisschen knapp, aber ohne L-Bracket wären wir hier und ich hätte quasi nur zwei bis drei Finger an der Kamera und ich hätte sie weniger sicher auch in der Hand. Und beim Fotografieren möchte ich die Kamera sehr sicher an der Hand haben und nicht das Gefühl haben, sie könnte mir jeden Moment herunterfallen oder aus der Hand rutschen. Und das kann natürlich keiner gebrauchen. Also, L-Brackets haben durchaus ihre Berechtigung, nicht nur für die Tripod-Fotografen, sondern auch für all diejenigen, die mehr damit machen möchten oder einfach nur ein sicheres Gefühl mit ihren Händen haben möchten. Den Link dazu findest du auch unter diesem Video. Kommen wir zum Tipp Nummer drei. UV-Filter bei Objektiven. Ich kaufe mir für fast jedes Objektiv gleich einen UV-Filter oder einen Pol-Filter für das Objektiv, um es einfach zu schützen. Klar, ich könnte das Objektiv auch ohne diesen Filter benutzen, aber sind wir mal ehrlich, die Gewissheit zu haben, wenn doch von vorn etwas draufschlägt oder drankommt, dass das Glas dahinter trotzdem noch geschützt ist, bringt einfach ein gewisses Gefühl von Sicherheit, ein gewisses Gefühl von, ich kann mich darauf verlassen, dass nicht, dass ich das Schlimmste eintritt, doch mit sich. Und das ist mir vor allen Dingen wichtig. Also mir geht es nicht darum, das blaueste, tiefste Blau aus dem Himmel herauszuholen, wenn ich jetzt bei Tag fotografiere und dafür den UV-Filter benutze oder den Pol-Filter, sondern das hat einfach nur den Sicherheitsaspekt, dass mein Objektiv von vorn, zumindest in der ersten Schicht, weniger zerstört, kaputt gemacht werden kann, als dass es ohne der Fall wäre. Tipp Nummer 4 ist schlicht und ergreifend ein Schutzglas für Kameradisplays. Ich kaufe mir für jede Kamera, die ich habe, gleich von Anfang an ein Schutzglas, was hier draufgeklebt wird, um das Display vom ersten Tag zu schützen. Ich habe damit keine schlechteren Ergebnisse, was die Bildbetrachtung angeht. Da wird auch nichts getrübt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es macht mich einfach ein Stück weit sicherer im Umgang mit der Kamera, denn ich sorge dafür, dass ich weniger schnell Kratzer draufbringen kann auf das Display. Das heißt also, die Haltbarkeit, die Langlebigkeit des Displays wird damit garantiert und ich kann auch bei Sputz und Dreck einfach drüber wischen und da reibe ich nichts irgendwie auf das Glas rein, dann ist es wieder sauber und im Zweifelsfall wechsle ich eben diese Display-Schutzfolie wieder aus. Ihr kennt das vielleicht von den Handys, wenn man da diese Schutzpanzerglasfolien dafür kauft, die halten in der Regel schon sehr lange und wenn sie mal hinüber sind, dann gibt es einfach ein neues Glas und dann geht es wieder weiter. Und zum Schluss gibt es natürlich noch die Empfehlung zu einem Objektiv. Und zwar ein Objektiv, eine Festbrennweite möglichst zwischen 24 und 35 Millimetern. Das hier ist jetzt das 23er 1.4 von Viltrox hier an der Fuji und ja, das ist APS-C, aber zum Vollformat ist das zumindest im Body nicht mehr so viel. Aber es geht mir gar nicht um die Bodygröße, sondern es geht mir eher um die Objektivgröße. Zum einen sind die Objektive meistens klein und kompakt, kleiner und kompakter als die 50 Millimeter Objektive und du kannst noch ein bisschen mehr auf dem Bild zeigen als bei den 50 Millimetern. 50 Millimeter ist meistens schon ein bisschen begrenzter. Das ist quasi so das Sichtfeld sogar noch ein bisschen mehr eingeschränkt, weil das Sichtfeld sind ungefähr 40, 45 Millimeter, sagt man. Und da bist du quasi schon im Tele-Bereich. Mit 24 bis 35 Millimetern bist du eher in Richtung Weitwinkel unterwegs. Und das ist schon ganz cool, weil du hast damit einen sehr eigenen Look. Du lernst damit auch nochmal dein Auge zu trainieren, weil es ist gar nicht so einfach damit zu fotografieren. Kommst du zu nahe dem Motiv heran, verzerren dir vielleicht die Seiten. Also stürzende Linien sehen dann komisch aus. Menschen können da an der einen Seite ein bisschen dicker oder ein bisschen schmaler aussehen als umgedreht. Da muss man einfach mit üben. Aber das ist ja das Tolle, wenn du damit übst, wirst du meiner Meinung nach sicherer auch umfotografieren und du bekommst noch mehr das Auge dafür, was gut aussieht, was weniger gut aussieht, beziehungsweise was ist vorteilhaft und weniger vorteilhaft. Die Objektive sind natürlich nicht nur kleiner und kompakter. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dass du offenblendiger fotografieren kannst. Also Blende 1.4 in diesem Fall hier ist wirklich gut geeignet für Lowlight-Situationen, also Street-Fotografie abends im Dämmerlicht oder Landschaftsfotografie im Sonnenuntergang. Astro, ja, kann man auch damit machen, ist jetzt nicht dafür prädestiniert, aber geht auch. Also du siehst, Vielseitigkeit funktioniert auf jeden Fall auch bei diesen Objektiven und das wäre so mein wichtigster und letzter Tipp an der Stelle. Holt euch eine Festbrennweite eher im Bereich zwischen 24 und 35 mm. Erstmal egal welches System, weil selbst für Systeme wie Fuji gibt es dann auch Dritthersteller, die auch durchaus kostengünstig Objektive bauen und dir zur Verfügung stellen. Also auch da muss man nicht zwingend auf 50 mm gehen. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich hoffe, ich habe jetzt den einen oder anderen inspiriert, mal meine fünf wichtigsten Dinge durchzugehen und ich denke, da ist mit Sicherheit für den einen oder anderen was dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video toll fandet, dass ihr mir ein Abo da lasst, einen Daumen nach oben gebt und vor allen Dingen mal in die Links reinschaut, die ich unter diesem Video zur Verfügung gestellt habe. dass ihr mir jetzt selber nochmal in Ruhe nachschauen könnt, was ihr davon vielleicht gebraucht oder was ihr für euch vielleicht schon habt. Und in diesem Sinne hoffe ich, war das ein bisschen interessant, ein bisschen inspirierend und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.